So Freunde, willkommen zurück zu GTA 4, The Lost and Damned. Das letzte Mal haben wir Ashley befreit, genau, das war glaube ich das letzte, was wir gemacht hatten. Wir hatten sie aus den Fängen der drogenabhängigen Penner befreit und yo, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Mission, mit dem nächsten Kram, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal diese S-Mission dort, die dort, oh ACDC. Ich fahre heute ... Ich war heute beim Föder mit Arbeiten, das haben wir auf ACDC auf der Hinfahrt gehört. Äh, ja. Äh, ich fahre immer zur S-Mission, vielleicht sollte ich mir die mal markieren. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich da auch diesen Gang Wars machen. Aber, diesen Gang Wars, ja genau. Aber, schauen wir mal. Vielleicht würde ich exibel sein. Es ist nicht so schön, aber naja, was will man machen? Es ist halt einfach das Problem GTA 4. Das Spiel läuft halt einfach nicht stabil auf Windows. Ich kann halt wirklich auch nur euch empfehlen, wenn ihr euch vorhabt, euch GTA 4 oder so mal zu holen, tut es am besten auf der Playstation oder Xbox, falls ihr es habt. Denn auf dem PC, wie gesagt, bei mir funktioniert es noch, weil ich halt Windows Live und so aktiviert habe und so, als es Windows Live noch gab. Mittlerweile haben da Leute ja viele Probleme damit. Und halt außerdem halt auch diese Performance-Probleme mit irgendwelchen Lags und nicht konstanter Framerate. Und bla, dann ist halt alles irgendwie ziemlich Käse. Ja, das ist wirklich bei mir noch einigermaßen funktioniert. Deswegen spiele ich es auch über PC. Aber, ähm, ja, sonst würde ich euch halt, wie gesagt, raten, euch das dann irgendwie über Konsole oder so. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass es konstant läuft. Ob es jetzt auch 60 FPS hat, das glaube ich eher nicht. Aber wenigstens halt konstant, deshalb hat man dann nicht diese Ruckeler, denke ich mal. Und ja, Games of Windows Live braucht er nicht. Hat ist dann schon mal ein bisschen besser. So. Hätten wir da auch geklärt. Oh, guck mal, ich halte mich sogar an die Strafe- und Verkehrsordnung, ey. Bin ich im Gegenverkehr gefahren. Nene, 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 nene. Ich vermisse ja so ein bisschen Dominion von Sissus of Mercy, was ja im Hauptspiel hier auf dem Sender war. Ah, das war ein schöner Song, ja, ja. Sissus of Mercy, ne, kennt so die ja kein Mensch, glaube ich. Aber es ist eine echte gute Band. Gibt's halt auch gar nicht mehr. Also gibt's eigentlich schon noch. Aber wir haben seit Anfang der 90er keine Ahnung, was rausgebracht. Man weiß, keiner weiß, warum. Die haben sich nicht aufgelöst oder sonst was. Es gab einfach nix mehr dann. Naja. Zumindest weiß ich es nicht. Vielleicht weiß man es doch irgendwo. Das ist wieder Stubbs, ne? Äh. Der nackte Mann. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht mehr nackt. Ich konnte es unverständlich hochladen, ne? Das fand ich sehr schön. Ah, Mr. Stubbs ist erwartet, dich. Hey, 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 how are you doing, man? Oh, yes, sir. Ähm, hello, sir. I'm fine. Good. Hey, lass mich dir etwas fragen. Hast du wirklich das Leben? Ich weiß nicht wirklich, was du meinst, sir. Ich meine, um all diese rutschen Moronen, du weißt, den Ruhm von Geld und all diese Dinge, du weißt. Das macht dich glücklich? Ja, sir, so etwas wie das. Und sag mal, sir, bist du glücklich? Ich meine, hat der Mann den Finger wirklich satisfeiert einen inneren Urge in dir, sir? Ich denke, was ich gelernt habe, ist, dass es immer ein Mann ist, Mann. Er hat nur eine andere Uniform. Wie du sagst, sir. Herr Stubbs ist in der Ruhm-Ruhm, genau hier. Clevets, wie geht's dir, Sport? Hey. Ich bin voll in der Ruhm-Ruhm mit einem kürzerischen Politiker. Und meine ganze Leben fängt an zu schütteln. Aber, mach es, ich bin okay. Miss your uncle? Oh, ich habe doppelt auf die Therapie. Change der Therapist. Oh, aber ich habe gesehen, Dr. White, seit ich 7 war. Man ist ein Genie. Okay, was kann ich für dich, Mann? Ich bin nicht wirklich für das, und du sagst, es war urgent. Ja, es war ein Kleriker in den tiefsten Recessen des Civic Citadel. Ein Grupp von großartigen Zivilisten. Voters haben, in der Fall, in der L.C.P.D. geschehen. Was ist, dass du das nicht so tun kannst, Mann? Ein bisschen Klingel oder so? Nein, ich bin nicht, Sport. Das ist viel zu weit auf die Linie, für das. Too viel Red Tape. Yada, yada, yada. All you need to know is that these gentlemen are in a prison transport bus and you, my friend, need to liberate them. Sure, I got it. Are the buses at the leftward police station? Get them out of there and we will make it worth your while. Okay, I got it. Don't sweat it, Klebbets. Okay. Leute befreien, ja herrlich. Ich erinnere mich, dass es in dem Spiel auch noch so eine richtig krasse Gefängnismission gab, ja? Um schon mal zu spoilern, aber es gibt ja wie gesagt Speicherpunkte. Schöner Wagen dahinten auf jeden Fall. Wo ist mein Moppet? Da ist mein Moppet. Zuck. Splinter Cell. Splinter Cell habe ich nie gespielt. Ich besitze sogar Splinter Cell 1. Einfach mal, weil er hier genannt wurde. Gab es bei Uplay gratis im letzten Jahr. Aber ich habe es nicht gespielt. Und ich werde es wahrscheinlich... Manchmal verstehe ich die Steuerung nicht. Und ich werde es glaube ich auch nie spielen, weil es ein Schleichspiel ist. Und ich hasse Schleichspiele wie die Pest. Die Solid ist ja schon qual genug. Aber das ist eine geile Story, ja? Okay, ähm... Ich werde ein cooler Radiosender hören. Erstmal hier bei City. Oh, there she goes. Where she goes? Keine Ahnung. She's a man-eater. Heißt das so? Ja genau. Foi MMm Ich habe ihn. Passt zum Ibaka rumfahren, auf jeden Fall. Hier sie mec. Da 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 da. Bam 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 Oh, schon vorbei. Woah. Okay, wir sind ja auch schon da, ne? Das ist ja auch nicht schlimm. Ding Ich hab so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, die Coveralls, die dich schafen? Du musst dich verwendet haben, Perseus-Suits und Sch***. Schau, es war ein schweifliches Gras. Meine Taxe betrachten deine Salarie. Long way from the exchange now, aren't you? You yuppie Pricks. Still think you're better than guys like me, huh? You should be put down. I saw what you did to that orderly. Näh. The man's organs ain't meant to look like that. Come on. Erstmal ne schöne Handyball-Electa-Anspielung. Schweigende Lämmer und so. Okay, ähm, ja, okay. Ich wusste einmal, dass es passiert, und ich hab's trotzdem getan. Ich bin so ein Lappen manchmal, ne? Äh, warte mal, wir schleichen uns. Ich hätt mich von außen anschleichen sollen, ja. Ich hab's jetzt auch verstanden. Aber da krieg ich noch hin. Ich bin ja Profi. Ich will hier ja nicht, ich will hier grundlos... Guck mal, hier kann ich mich nämlich reinschleichen bestimmt. Ja. So, jetzt bin ich ja sowieso schon drin und jetzt einfach... Na, das ist GTA, das ist schon irgendwie richtig, Leute zu töten, finde ich. Also, Moment. Ist einfach nur hinrennen müssen. Alles klar. Werde die Cops los. Hey, nichts lieber als das. Ich hätte nur hinrennen müssen, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Nicht mich durch die Scheibe abballern, bitte. Danke. Hatte wir in der Sicht des Gefangene-Transporters? Yeah, sie jubeln. Sieht man hier, wie er den anderen Typen aufisst? Ich glaube nicht. Ah, man sieht aber den herrn, voll den blutigen Mund, hab ich das gesehen. Der da hinten links. Oh. Oh, shit. Das sieht man, sieht man doch nicht. Ja, ich bin dabei. Leider verfolgt uns so ein scheiß Hedl, das macht die Sache nie einfacher. To be honest. So, was soll man sagen, weil man Radiosender. Aber gute Musik. Spannende Verfolgungsmusik. Passt vielleicht doch nicht so. Okay. Sagen wir mal da lang. Das passt doch. So eine fröhliche Musik wäre man gerade vor dem Bullen nach Pauten. Ja. Ja, ich versuch's. Hey, cool, der Bereich hat sich gern. Fuck you. Ja, find ich auch. Ja, es fing sehr gut an und lässt gerade ziemlich stark nach. Wenn der Bus halt nicht so ungelenkig wäre, wie so ein weiß ich nicht was. Ich will keine ungelenkige Leute umfahren. Oh, Mann. Mann, ich komm nicht. Was ist der los? Ich wollte ja noch sauber in ihr Leben, ne? Man hat mir ein bisschen Angst, ne? Wenn jetzt irgendein Bullets mal schaffen sollte. Durch die Scheibe zu schließen, dann bin ich weg. Vom Fenster. Scheibe. Durch die Scheibe, versteht ihr? Ach, das war alles Mist hier. Ich muss auf die Autobahn, dann kann ich vielleicht entkommen. Hier, links hoch. Genau. Oh, da war eine Taube. Das war eigentlich diese Tauben, die man abballern muss, für 100% und so. Autoerotiker. Die müssen ja gerade auf Autobahnautos sein, aber gerade schnell mal nicht. Hoffen wir mal, dass es so bleibt, ja? Und dann ist er schon, der... Wow, das war ganz riskant. Ich hätte darüber fallen können. Fuck you. Es ist auf jeden Fall eine interessante Verfolgungsjagd, wenn ich überhaupt, ne? Okay, kann ich das Spiel austricksen? Hier stehen bleiben? Wann sagen wir, hinten dreht ihr mich um? Ich finde es interessant, dass die Dinger, die spawnen sind. Oh, es gibt mir einen Punkt, ja. Sehr schön. Gibt es noch keine Kilometeranzeige wie bei, ähm, GDR 5. Da wird ja unten links auf der Karte auch mal die Kilometer ansehen, wie weit das weg ist. Hier leider nicht. Das wäre schön, weil dann wüsste ich nämlich jetzt, ich muss so weit fahren. Das Feuer sieht komisch auszuhaben. Okay, geht bitte. Geht bitte. Es gibt übrigens scheinbar hier bei den 100%, ne? Es gibt scheinbar keine Monster-Stunts. Also es gibt sie bestimmt, aber man muss sie zumindest nicht für 100% machen. Im Hauptspiel allerdings schon. Naja, hab ich da eben, weil da eben rechts so eine Kante war. Aber ich glaube, hier war ich im Hauptspiel, also GDR 5 bin ich hier nicht einmal lang gefahren über diese Autobahndinger, Dings hier. Ich kenne das nämlich auch nicht wirklich. Industrial ist doch hier, ne? Also können wir das hier absetzen. Die Häftlinge. Industrial gab es auch in GTA 2, das war, glaube ich, das letzte Gebiet, ne? In Anywhere City. Die ist nie wieder in einem GTA gehabt. Schade eigentlich. Trotzdem habe ich das GTA 6 und Weiß für die Spiel. Weil, äh, GTA 6, VI, Weiß, auch mit VI. Das ist doch prädestiniert dafür, ja? Das ist doch nur ein Wunderschönes Blur. Danke, Herr, Herr. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich sind sehr dankbar. Wir haben ein Boot zu catchen. Oh, ich liebe mich nach dem Meer. Oh, ich liebe mich nach dem Meer. Oh, ich liebe mich nach dem Meer. Ich glaube, die beiden Boote sollten sich da gerade nicht rammen. Ich glaube, das war ein Spielfehler. Sehr schön. Kannst du mit dem Boot? Halt die Fresse, das geht nicht, du Lügner. Aber hier haben wir fünf Minuten. Das ist irgendwie ganz schön sad. Einmal schicken Wagenklauen. Mr. Kongressman. So, erstmal einen schönen Wagenklauen, einen Stallion. Sehr geil. Wo sind wir denn hier überhaupt? Okay, aber wir sind beim nächsten Rennen relativ in der Nähe. Ja, du ja, verleitet dazu. Aber nee, da brauch ich auch ein Moppet für. Ja. Wir haben keine Mission. Ich denke mal, es wird gleich automatisch eine kommen. Oder zumindest irgendwas passieren. Ja, deswegen fahre ich schon mal irgendwo hin. Die Kamera ist so nah. So, besser. Liberty Rock Radio. Ja, guck, da ist auch schon... Oh. Puff. Check. Hm, 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 hm. Ich fahre jetzt einfach mal zum Gangkrieg. Ist egal. Ich will die mal... Ich will das bewältigen, ne. Davon gibt es ja, wie gesagt, auch noch ein paar. Müssen wir auch irgendwie alle machen. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Ich hoffe, wir können das ein paar Minuten abhaken. Weil ich glaube, es sind nämlich die ganze Menge, die man machen muss. Wenn es irgendwie 20-Minuten-Missionen sind, dann... Oh. Also nicht so. Die Sache ist, dass ich auch kaum noch Leben habe. Und wahrscheinlich bei einem Gangkrieg da... Aber da brauche ich wahrscheinlich ein paar Leben. Aber egal. Wenn ich sterbe, kann ich sie wahrscheinlich direkt neu machen. Das passt schon. Hm, hm, hm. Ich müsste mal hier rein. Die Lenkräder drehen sich gar nicht. Vollstrecht ist heiß. Hey, was tust du da? So war ich keine Motorhaube mehr ab. Hey, ich fahre jetzt wieder hoch. Cool. Elveny City. Ja, ja. Boah, jetzt spielst du wieder so maximal grau einfach nur, ne. Das ist unglaublich. Ja, nachts ist das Spiel halt, äh... Also sieht man im Spiel nicht mehr viel. Aber ich mag das. Also ich mag wohl nicht dieses düsteres Setting in dem Spiel. Das hat was. Vor allem gerade im Hauptspiel passt es ja auch sehr gut. Bei Border, okay, tun ich vielleicht ja nicht mehr. Da ist das Spiel, glaube ich, auch grau genug. Obwohl es ja eigentlich total bunt und schrill sein soll, nicht wahr? Weil, naja. Nachtclub. Schwul. Und so, ne? Versteht ihr ja schon. So, dann wieder den Tunnel ohne Schatten. Ich freue mich. Und da sind Schatten weg. Ach ja, und immer mit diesem Grabefehler, wenn man da reinfährt. Ach, schön. Dann fühlt man sich doch glatt heimisch. Oh, tschö, joh. Mann, ist der Tunnel voll. Stau in New York. Findest du übrigens geil, wie hier kurz immer noch eine Tankstörung kommt? Ja, ich glaube, es ist, ähm... Genau, das dürfte nämlich ein weiterer Nebenmissionszweig sein. Wir können nämlich auch, äh... für ihn irgendwas erledigen. Äh, du brauchst einen Ba... Äh... 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 Ähm... Ja, komm, pass mal auf, ich hab ne Idee. Ich hole mir jetzt hier einen Darksee. Und bauchte mich einfach nach Hause. Also, zu meinem... Biker-Club, ja, hol mir den Moppet. Ja, danke für nichts. Schreck wieder ein, du Lappen! Schreck bitte wieder ein. Ich hasse dich. Äh... Äh... Äh, ja, danke. Ich will mir... Hey! Weißt du, du fährst mich um und dann, 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 dann nicht mal mitfahren. Oh, scheiße, hier, bleib stehen. Erstmal beleidigen. Und dann mitfahren. So, tschüss, lü! Billy, ich hoffe, ich starte nicht gleich die Mission, sondern kann erstmal rumlaufen. Ich denke mal. Ich denke mal. Gut, war aber ganz schön knapp schon, muss ich schon sagen. Wow! Wann sagen, habe ich mein Bike überhaupt noch... Ach, ich werde jetzt einfach die Mission erstmal machen, dann habe ich mein Bike wieder. Äh, aber eigentlich erst in der Niveau. Nächsten Folge, ne? Ich habe eine Idee, was ich jetzt mache. Ich habe eine Idee, was ich jetzt mache. Ich gucke mir mal ein bisschen in den Laden hier um. Hier kann man ja auch noch Arm drücken und so einen Scheiß machen. Dann muss ich auch alles machen für die 100%, ja? Hier, Arm drücken. Kann ich doch irgendwo mal... Ist das Arm drücken? Ja, eigentlich schon, ne? Aber auch nicht immer. Danke. Äh... Achso, das ist oben. Das kann natürlich sein. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hier, Glücksspiel? Oha. Hi-lo. Ne, 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 ne. Lass mal. Das ist zu komplex für mich. So! 100 Dollar zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob man gewinnen muss, oder ob man auch... Mit dem muss ich irgendeine... Hä? Moment, was muss ich machen? Ich bohne nochmal. Ich hab nicht gesehen, was ich machen muss. Ich hab sofort A gedrückt, weil ich dachte, ich muss irgendwie A-Helmann, oder? Ah, wir können jetzt das Arm drücken. Mit AB gibst du auf. Man muss jetzt gewinnen, wenn du dabei bleiben willst. Okay, man muss jetzt irgendwie... So irgendwie? Ah, ja. Boah, das ist aber... Okay, dann muss ich gleich mal meine Handfläche auflegen. So. Easy. So. Zum Glück nutzt das den Controller gar nicht ab, oder so. Das ist ein bisschen best of three, oder so. Das hört ich schon laut, wahrscheinlich. Oh, mein Gott. Gewonnen. Jawohl. Für eine Revanche? Ne, 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 ne. Das mal. Boah, ich hab meine Waffe gezückt. Das will ich aber nicht. So, Billard. Oh Gott, das war so mega scheiße, ne? Das hat auch irgendwie so... Da muss man sich ein... Da hab ich ja im GTA 4 Let's Play gelernt, dass man bei Billard richtige Regeln hat. Das wusste ich halt gar nicht. Ich dachte immer, es geht einfach nur darum, die Löcher irgendwie da reinzuballern. Ja, dass man irgendwie halbe und ganze und so machen muss und so. Ach, guck mal. Pat Hank Earl. Ich fühle, wie Justin da einfach nicht hängt. Äh, Justin? Jason hieß er. Woher da noch wäre, ne? Vielleicht hier. Ah ja, Jason. So sah er aus. Ja, anscheinend... Wirklich beim, ähm... Hauptspiel. Ich weiß nicht. Okay, dann könnt ihr auch Leute... Ach, ich hab keine Ahnung. Ist mir auch alle egal hier. Ähm... Hello? Ne, danke. Reicht für heute erstmal. Gut, dann würde ich sagen, das war Gideon The Lost and Damned für heute. Das nächste Mal machen wir dann die Billimission. Ähm... Ich schau mal, ne? Und dann hoffentlich in den Gang Wars. Komm, ich... Genau, ihr lebt mich schlafen, dann hab ich wieder volle Leben. Das ist doch wunderbar. Und ich kann sowieso mal wieder hier speichern, ihr. Also, ne? Vielen Dank fürs Hosehen und so. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.